Egal, dann hauen wir den Kumpel hier weg. Oh Mann, das ist halt mit Holz. Professorisch, versteht sich natürlich. Dann erkläre ich ihm auch, dass das einfach nur eine Schallersicherung ist. So, Schaltersicherung. Jawohl, die Nase hochgezogen. Ach Mann, hier. Schaltersicherung. Keine Ahnung hier. So. So. Wie war das immer? So. So. Wie geht das? Es geht wieder lauter. So. Ja, äh. Wo war ich denn? Ach ja, genau. Klappt es? Nein. Nicht. Müsste ich wahrscheinlich jetzt so hoch. Müsste ich possessions. Ach. Szt, ich könnte es zu Hause, sie sehen? Schalter. Schalter. Ja. Schalter. Ja. Schalter. Ja. Ah, aber so können wir nicht laufen, oder? Das war ohne Schatz. Sieht doch gut aus. Ist aber weg. Oh, so an die. So können wir unsere Lampen machen. Ich zeige mich, wenn ich das jetzt verkaufe. Genau das, was ich jetzt mitmachen wollte. Und da haben wir gleich so einen schlimmen Abflug machen. Eine Wuchtgelampe. Ah, und der Rest ist so dunkel. Hm, wenn wir hier nur ins Bett gehen können, kann ich? Es wird komplett ausgestellt. Ziemlich ist das so schön. Da kann man ja... Ah. Das ist so schön. Tick No Tick Das ist ja Ich soll jetzt reichen werden. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Nein. Steintour? Komm ich dann runter? Ja. Würde aber ein bisschen beknackt aussehen. Ich hab das dann jetzt... Egal, ich mach's nicht so. Komm mal hier. Er sagt's schon. Wir wissen, wir müssen hier eine... Wir müssen hier eine andere einziehen. Ja, das ist das, was ich befrischend hatte. Wird nicht ganz weichen. Wir müssen hier als Dach... ... die Meta-Dinger nehmen. Deswegen wird ein Dampf Hier oben kommen wir im Bad und alles rein. Die Startzone. Schau mal! Die Startzone. Das ist bescheuert aus. Die Startzone zum Pilch. So. Dann wollen wir nicht weg. Da kommt's schon weg. Was? Willst du schon verarschen? So, hab ich die Rechte. Hast du auch so gedacht, hm? Hier kommt ein Nagel. Hier kommt. Jetzt kommen wir zurück. Eine der Rechte. Guck. Jetzt kommt die Rechte. Ich kenne. Jetzt wird das. Ja. Die Rechte! Ah, haben wir kein Sch... So. Ah, 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 ja, gell? Da war nur übel, ja. Halt die Neue Triegegatt Bist er drauf? So die Wollen wir flitzen? What? Ach, das war ne Druckplatte Hallo Enderman Wie gefällt dir diese Dusche? Müsst ihr eigentlich auch so ne Baffe irgendwann gehen? Die Spritzpistole Mojang, lasst euch das mal einfallen Die Spritzpistole So Wollen wir jetzt nicht mehr So, das wollen wir da rein Heute schönes Hausstil ist auch da rein. Ja, das gefällt mir. Wenn man jetzt zur Rechten rausguckt, so wie ich jetzt jetzt kann, ihr könnt es jetzt nicht. Es wird mir wahrscheinlich auffallen, dass da einiges an ... äh, der ist ja überhaupt kein Futter mehr. Ja, deswegen habe ich die Weizen geholt, damit ich mir schöne Pilze machen kann. Lecker Pilze. Dann lassen wir erstmal schön den Toastgut gehen auf F3. So wie es aussieht hat sich das auch wirklich verändert. Und wir sind jetzt hier in der Nähe. Das war ja wieder klar. Schneid. Schön platt gefahren hier. Eis. Eis kann ich ja auch jetzt abpacken. Ach ja, ich hab ja hier. Ja. 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 Warum schläf ich das jetzt so gescheit? Ich hab ja hier mal ein Tunnel-Rhinow. Ja. Ich hab ja mal Tunnel-Rhinow. Tunnel-Rhinow. Ja. Das sieht halt so. Tunnel-Rhinow. Tunnel-Rhinow. I'll never eat out Mega Man X 2. Oder wie viel zu weh ist der Wurst. Tunnel-Rhinow. Jo, jetzt schon zum Angeltörs. Tunnel-Rhinow. Was ist denn da schon wieder? Was hat das für gerade es sind? Alle neben sich fertig. Und es ist ein dunkles Schaf. Auch dunkle Schaf. Die seltenkaste Teile, die fühle ich jetzt mal zu hell. Ist das für hell? Ich scheine alle hell zu klein. 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 Ja, bitte. Ich scheine alle.